Musik Liebe Gäste, liebe Kunstfreude, die wir heute zur Ausstellungseröffnung in St. Bonnarek in Lennep. Wir begrüßen auch und im Besonderen der Lef Bach, der Mann mit dem Hütchen, dem Urheber dieser Kunstinstallation, die hier und heute übrigens zum allerersten Mal öffentlich aufgemacht wurde. Jedenfalls in dieser Form. So eine Freundschaft mit einem Künstler hat durchaus positive Aspekte. Man kann den Künstler in dessen Atelier besuchen. Und dann hört man die unglaublichsten Geschichten. Die aber wahr sind. Immer. Jedenfalls meistens. Manchmal auch nicht. Eigentlich eher selbst. Im Grunde fast nicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Applaus